Hallo, heute nehme ich dich mit auf eine Reise und zwar eine interaktive Reise, denn du entscheidest, was wir zusammen heute erleben werden. Ich bin jetzt schon seit fünf Tagen hier in Sizilien unterwegs und zwar in einer eher unbekannteren Region, Madonie heißt die und die ist eher im Norden der Insel und ich hatte selber noch nichts davon dagegen gehört und war sehr positiv überrascht, weil es waren wirklich kaum Touristen unterwegs und es war sehr ursprünglich, viele schöne Bergdörfer, aber ich möchte, dass du eben entscheidest, was du mit mir dir angucken möchtest und deswegen kannst du jetzt entscheiden, ob du lieber mit mir in einem Jeep, durch die Berge fahren möchtest oder in heißen Quellen wahren möchtest. Also, du brauchst nur auf den entsprechenden Link zu klicken und dann geht es sofort weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017